Mensch, das staubt hier. Ja, hättest du vorher bewässern müssen hier. Ja. Warte, ich muss pinkeln. Nein, nicht in meine Richtung. Gott, guck doch. Oh Gott, Leute, ich brauche. Ich könnte ja jetzt, Frank Latt, fragen, haben sie mal eine Marille? Ich habe schon die erste Flasche Wasserabweck. 99? Jawohl. Jetzt kommt wieder die Suche nach dem geheimnisvollen 1%. Ja. Wie kann ich das nochmal überprüfen? Wow. Frage habe ich gerade auch schon gestellt. Ah, ja, hier vorne an der weißen Linie, da ist noch viel rot. Wo? Hier an der Linie, hier. Genau hier. Hier, hier, da, hier. Da wird er sich wohl verstecken, der eine Prozent. Ja, da kann er überall sein. Nein, Mr. Einpro... Hey! Er hat 100. Jawohl! Bleib stehen da drauf. Hm. Warum eigentlich? Ich meinte ja auch die Chefin. Achso. So, ich fahre runter? Jawohl. Nutz die Chance, fahrst du oben? Hey! Hast du gerade gehört? Die hat nach Marille gefragt. Also, das ist definitiv kein normaler Flugplatz hier. Vor allem Sicherheitsgedöns. Also... Geh mal runter. So. Kann ich? Ja. Okay. Dann kommen sie mal. Katsching. Tsching. Oberboden. Was habe ich dir gesagt? Alter, was habe ich dir gesagt? Ja. Ist nicht wahr, oder? Oh. Ja, wollen Sie das jetzt machen, oder sollen wir das... Nee, Chefin, Chefin, machen Sie immer. Vor allen Dingen sieht der Boden genauso aus wie vorher. Ja. Jetzt, was ich aufgerissen habe, wie du gerade schon sagtest, einfach wieder wegschieben. Schieb sie wieder weg. Ja. Ja, ganz tolle Wurst, ey. Schieb das mal hier runter, ne? Ja, mir ist das eigentlich egal, wo du hier schiebst. Vom Dorf weg. Auch das weg. Machen Sie Licht an. Licht? Licht. Ist es schon so dunkel, oder was? Ja, Arbeitslicht. Hallo? Sicherheit. Rundumleuchte? Sie ist doch schon an. Setzen Sie den Baggern Helm auf? Hab ich doch. Ey, weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Ich will die neue Karre von der Champion auch mal fahren. Ja, machen, machen. Wow. Also Sound hat er. Sound hat er. Ich schon, äh... Alter, der gliedscht aber ganz schön weg hier. Geht schon gut ab? Was machen die Herrschaften da? Ne, 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 nix, Herrschaften. So parkt man ein. So, sieben Prozent haben wir schon. Jawohl, Chaka, Chefin. Chaka, sie schaffen das. Oh, warte mal. Andersrum ist noch besser. Ja, aber dann von da hinten. Machen Sie doch mit meinem Auto. Warte. Der macht's kaputt. Was soll denn das jetzt? Warum tut er das? Ja, weiß ich nicht, weil er Bock dazu hat. Jo, ich komm. Hm? Wo ist der Hügel? Da ist der Hügel. Jo. Volles Fund. Oh Gott. Alter, kann nicht sein. Was war das denn jetzt? Aber andersrum wäre besser, glaube ich. Ja. Muss von der anderen Seite kommen. Warte, warte, warte. Chefin, warten Sie mal. Was soll denn das jetzt? Warten Sie mal. So viel zum Thema dumm, dumm, blöd, KG. Jetzt aber. Oh, scheiße. Moment. 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 Jetzt müsste es klappen. Ja. Oh, das kann doch nicht sein. Nee, das geht nicht. Sie bringen mich hier ganz durcheinander. Hören Sie doch mal auf mit dem Unsinn da. Warten Sie, ich parke ein. Warten Sie. Ich parke ein. Warten Sie, warten Sie. Warten Sie, warten Sie. Ich habe eingeparkt. Hm. Das ist ja noch heute mit Ihnen nicht in Ordnung. Er hat doch keine Barille heute gehabt. Schlimm. Das ist ja unfassbar hier. Aber Sie haben schon elf Prozent. Da können Sie ja stolz drauf sein. Ja, das habe ich bei meinem Vater gelernt. Gucken Sie mal, wie gleichmäßig das jetzt hier schon ist. Also so viel, wie ich mich noch daran erinnern kann, war Ihr Vater aber gründlicher. Damals hatten wir auch noch nicht so gute Arbeitsgeräte. Oder oben wegen die Burgverschmiede, da oben. Ja, genau. Da oben ist die Burg, da oben. Aber sehen Sie dann die Plattform? Nee. Nee. Eigentlich müsste man die sehen, ne? Oder nicht? Müsste man noch sehen. Hätte jetzt gesagt. Nee, geht ja nicht. Scheiße. Nee, andere Seite kann nicht sein. Eigentlich müsste die links sein. War die nicht hier runter, die Plattform? Ja, ne? Ja, eigentlich schon. Komisch, oder? Ja. Naja. Ich hoffe, dass Ihr Waldschlösschen. Nee, das nicht. Das nicht? Nee, da nicht. Das machen die doch immer weiter. Ach nee, das war da hinten, da oben, ne? Ja, ja, genau. Naja, aber mit dem Abtragen, das wird trotzdem eine lange Nummer. Um das mal in Ihren Worten auszuführen, weil 17% ist noch nicht viel, ne? Nee. Dafür lasst du schon die Hälfte weg haben. Eben. Aber Sie dürfen mich gerne gleich ablösen, Herr Oxen. Nee, also ich nicht. Was soll denn das jetzt? Aber ich arbeite nicht, ich krieg' das nicht hin. Ist doch nur hin und her fahren, ey. Sagt mein... Sagt mein Sparger auch immer. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich den Boden abtrage, dann komm ich in Australien raus. Nee, lass mir mal gehen. Aber wieder eine Tiefgarage. Ah, hören Sie auf. Nein, ich mach das nicht, nein, leider. Ich brot gern in den Löchern rum. Ja. Das stimmt. Was ist das jetzt wieder? Man nehmt mich auch den Maulwurf. Landebahn Teil 1. Da bin ich schon, also... Na ja, ich mein, das ist ne kurze Landebahn. Aber breit ist er, Herr Finch, oder? Ja. Also, ich sag mal, für ein kleiner Chestnut ist das schon zu klein, oder? Äh, zu groß, oder? Zu breit, ja. Wenn ich da so an die Flugplätze denke, die ich schon selber mitgeflogen bin, da war die Landebahn ein bisschen kleiner, schmaler. Also, wenn wir von der richtigen Landebahn hier sprechen, dann sind wir so bei vier Kilometer. Mhm. Ja, dann könnte das ja so gar nicht passen, ne? Ne, also, es könnte so ein, zwischen so ein, so ein Verkehrsflughafen werden. Aber, aber wie gesagt, ne, es ist Landebahn Teil 1. Ja, ja, aber... Ja, und wir reden ja eigentlich von einem Flughafen, den wir bauen sollen. Ja, ja, ja. Deswegen... Das wird noch lustig, wenn wir dann alles abreißen dürfen hier. Alles, also, warum, das geht doch schnell. Das geht schnell? Meinen Sie? Ja, ja. Ab, was geht, rein und fertig. Eben. Wir haben so ein tolles Auto, da kann man schön reinfahren. Ich kann das mal ausprobieren. Ich wollt mir die... Finch, ich kann mal mit... Ich will mir die Ecke mal angucken, wo die... Was da für Häuser sind. Ja, 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 sie wollen ja nur hier den Hammer finden, ich weiß. Ich sag Ihnen doch Bescheid. Ja, das will ich auch hoffen. Machen wir mal dazwischen entlang, vielleicht finden wir so ein Hammer. Ja, wir gucken mal. Jo. Haben sie einen gefunden? Der ist losgefahren. Ach so, weil er Juhu gesagt hat. Ich guck mal links. Ich mach gerade der OKF. Schon wieder? Ja, ja. Hier ist nix. Guck rechts. Guck rechts. Du links. Nicht rechts. Sie sind rechts. Was? Guck links. Rechts ist sauber. Warum ist rechts sauber? Junke Seite auch. Nix. Nee. Wie ist denn hier noch? Da hätte ich ja klappen können. Du weißt doch, die ich vor hatte, ne? Ja, ja. Da geht es ja von der anderen Seite. Nimm doch hier die Hügel hier. Vielleicht geht ich nicht, wenn ich sie kann nicht. Ja, vielleicht nicht so ein Hohen, aber... Alter, der hat ja noch nicht mal, noch nicht mal Allrad. Das war ein 4x4. Da haben sie auch ein Auto gekauft, der in der Kühle liegt es gut. Nee, ich hab den Knopf sperren lassen, damit sie damit keinen Unsinn machen. Kommt noch über den kleinen... Guck mal hier! Der kommt noch über den kleinen... Wunderbar, ich muss von der anderen Seite... Warte mal. Aber die Handbremse ist gut. Die Handbremse ist gut. Warte mal. Hier müsste ich aber raufkommen. Ja, da ja. Hey. Was ist das denn? Hey. Da ist er. Das hat halt Spaß. Was ist denn heute los hier? Kommen wir gar nicht vorn an hier. Hängst du an der Minigolfbahn? Ja. Komm mal da drüben hin. Vielleicht ist da was. Hier so? Ja, da, da, da. Nee. Wo ist hier eine Minigolfbahn? Komm mal, Skaterbahn. Cool eigentlich, ne? Was hat hier ein Schwimmbad? Ja. Holzplatz. Holzplatz. Komm mal. Wann hat denn früher hier? Ja, irgendwie ein Jugenddomizil, hat sie doch gesagt. So ein Jugend... und Freizeit. Jugendfreizeit? Ja. Ja, hat sie gesagt, ne, Herr Finch? Ja. Jugendfreizeit? Ja. Was fallen sie da immer hin und her? Das kostet alles Sprit, Herr... Herr Hoxton! Kommt ihr jetzt her? Sie dürfen die letzte Bahn ziehen hier. Nein, kann ich nicht mit schlicht. Ich muss da hinten mal gucken. Hier Volleyball, Beachvolleyball. Kann ich da rüber? Yo. Hier kann man Beachvolleyball spielen. Da konnte man. Und hier... Kannst du schwimmen? Ja. Naja, konnte man. Lech. 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 Mögen sie keinen schwimmen, Herr Finch? Ne. Wenn sie die Suppe hier sehen, dann vergehen wir alle, ne? Sie haben uns doch erzählt, beim letzten Mal, sie haben auch einen Garten jetzt. Haben sie ihn schon eingeweiht? Nein. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Wasser läuft? Jo. Hm. Ähm. Habt ihr alle den Haar nicht aufgedrückt? Aber die Pumpe läuft doch. Ja. Ja. Und die obligatorische Hotdog ist auch wieder da. Ja, der muss immer da sein. Ja, der muss da sein. Ähm. Ja. Also ich bin jetzt einmal durch. Ich glaub, der Herr Finch muss das machen. Ja, weil ich... Warte mal. Guck mal da rauf, ne? Ja. Muss ich jetzt hier nochmal runter? Wie viel Schicht muss ich denn hier abtragen? Das ist mir schon einiges, was da weg muss. So tief? Ja, bin das. Das war ja klar, ne? Meinen sie ja. Ja, guck mal. 47 Prozent erst, ne? Hm. Was sagt denn ihre, ihre Gegenstandsanalyse? Meine Gegenstandsanalyse sagt immer noch. V? Ähm. Ja, V. Ja, hier. Ähm. Alles rot noch. Hm. Hier so. Alles komplett rot. Sie müssen eine gebüschte Bischof machen. Eine gehäufte Bischof. Ich, äh. Ich... Ich merke gerade, Auto steht nicht gerade. Ah. Soll ich doch gleich nochmal einparken, ne? 61 Prozent. Warte, ich packe mal eben ein. Ja. Hier ist auch der, er hat sich da geholt. Gefällt ihnen, ja? Ja, ja. Was soll ich, wenn man ihn richtig einparken kann? Der Finch, was sagen sie? Wo soll ich nochmal? Oh. Eingepackt. Also, wenn ich V drücke, müssen sie überall nochmal lang. Eigentlich schon. Überall. Überall ist noch rot. Überall? Warten Sie mal, ich ziehe jetzt nochmal eine Bar neu. Aber komplett aus. Überall rot. Aber so fit ist er doch gar nicht mehr, oder? Ja, jetzt ist schon wenigstens ein bisschen grün zu sehen. Oder gelb. Also zwei Fuhren hier drüber, oder was? Wahrscheinlich. Ja. Oder drei Fuhren für jeden eine? Ja, doch. Da geht noch was weg. Ja. Oh, der Flieger geht gerade hier rüber. Der Schatten war hier gerade. Ja. Da hinten ist es gehört. Tja. Kriegen wir wohl nicht in dieser Folge runter hier. Das denke ich wohl auch. Da wird die Folge wohl etwas kürzer, schätze ich, oder? Da war er jetzt nicht kürzer, meint er. Oder wollen sie es lassen? Weil wir haben hier 17 Minuten. Ja, ich will nochmal gucken. Vielleicht kriege ich ja doch nochmal ein bisschen. Ja, wir warten noch. Komm, ziehen Sie mal durch da. Vielleicht, er findet ja auch noch eine Idee. Wollte ich ja für eine Idee haben. Wie das besser werden kann. Ja. Da geben Sie nach rüber, fallen wo rot ist. Weißt, was der Hammer ist? Das da, wo sie jetzt rüber gefahren ist, ne? Hm. Wenn ich jetzt auf V drücke. Ist ja gelb, ne? Ne. Hier, am Rand, alles rot. Ja, weil sie alles da rüber geschoben hat. Genau. Da ist alles rot hier. Ja, hier, der, hier, die ganze, die ganze... Hier, siehst du das? Ja. Komplett rot. Das heißt, ich muss den Rand noch weiter nach außen schieben, oder was? Ja, hier, vor allem hier, die Rille, die sie hier gemacht haben. Alles nach rechts rüber schieben. Welche Rille? Hier, wo ich draufstehe. Hier. Ja, die kommt doch noch. Ach so, ja, ja. Gut. Das war ja jetzt sowieso klar, dass die noch... Da kann man rauf. Kabel-Trommel? Aber nur bis ich komm. Hey, hey, hey. Marille. Was soll denn das jetzt, Herr Hobson? Ein Hoch auf den Jupp. Jawohl, hoch. Einige Makerele. Fischburger. Ja. Mehr hoch. Meinen sie so, ja? Ja, 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 ja. Backfisch. Zack. Ein Prozent hat das jetzt gerade mal gebracht, das ganze Stück hier runter. Mit Remoulade. Steffi, Kackvogel. Jawohl. Bühnerknubbel. Zwei Prozent, oi. Und nicht zu vergessen. Rettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Tschüss.